Barbara O'Neill stellt das heutige Thema vor, geschwollene Füße und Beine. Viele Menschen kennen dieses Problem. Viele Menschen haben schon einmal geschwollene Beine oder Füße gehabt. Es ist inzwischen bekannt, dass dieses Problem häufiger auftritt, als man denkt, insbesondere mit zunehmendem Alter. Schwellungen in Füßen und Beinen können durch eine Vielzahl von Faktoren verursacht werden, von Flüssigkeitsansammlungen bis hin zu schwerwiegenden Erkrankungen. In diesem Video werden die möglichen Ursachen von Schwellungen untersucht, was sie für ihre Gesundheit bedeuten können und wie man sie behandelt und reduziert. Dieses wichtige Thema wird ausführlich behandelt, mit Möglichkeiten, ihre allgemeine Gesundheit zu erhalten und Linderung zu finden. Das Kreislaufsystem ist für den Transport des Blutes verantwortlich. Dabei kommt eine Pumpe zum Einsatz, das Herz. Das arterielle System pumpt das Blut in die Extremitäten. Wie gelangt das Blut zurück? Sie fragen sich vielleicht, es gibt eine zweite Pumpe. Die Wadenmuskeln sind die zweite Pumpe. Der Wadenmuskel wird oft als zweites Herz bezeichnet. Er spielt eine entscheidende Rolle beim Pumpen des Blutes in den Rest des menschlichen Körpers. Das Problem der Krampfadern, von dem sowohl Männer als auch Frauen betroffen sind, wurde ans Licht gebracht. Es wird angenommen, dass das Rebounding die beste Behandlung für Krampfadern ist. Das zweite Herz, der Wadenmuskel, wird durch das Rebounding stimuliert. Bei Krampfadern neigt das Blut dazu, sich in den Venen zu sammeln. Die Arterien verlassen das Herz, während die Venen zum Herzen zurückkehren. Es ist bekannt, dass selbst ein einfaches Gesundheitsförderndes Auf- und Abgehen das zweite Herz stärken kann. Der Wadenmuskel Wenn der Wadenmuskel stark und aktiv ist, spielt er eine entscheidende Rolle bei der Verhinderung von Blutstauungen. Es ist wichtig, Schwellungen oder Ödeme zu vermeiden. Geschwollene Beine treten auf, wenn die Waden das Blut nicht zum Herzen hinaufpumpen. Eine Flüssigkeitsansammlung ist möglich, insbesondere wenn man längere Zeit sitzt oder steht, ohne sich viel zu bewegen. Regelmäßige Bewegung wie Joggen oder das Gehen auf einem Trampolin kann helfen, Schwellungen in den Beinen zu reduzieren. Je mehr sie sich bewegen, desto stärker kontrahieren ihre Wadenmuskeln. Dadurch wird das Blut in die Venen gedrückt und Schwellungen in den Beinen werden verhindert. Übungen, die auf die Wadenmuskulatur abzielen, sind für Personen mit bereits geschwollenen Beinen sehr zu empfehlen. Es wird darauf hingewiesen, dass einfache Aktivitäten wie Wadenheben, bei denen man auf den Zehen steht und dann die Fersen senkt, einen großen Unterschied machen können. Es wird empfohlen, die Beine in Ruhe zu lagern, um überschüssige Flüssigkeit aus dem Unterschenkel abzuleiten. Es wird außerdem empfohlen, viel zu trinken und eine salzarme Diät einzuhalten, um Schwellungen zu reduzieren. Zu viel Natrium kann zu Flüssigkeitsansammlungen führen. Kompressionsstrümpfe werden ebenfalls empfohlen, da sie einen leichten Druck auf die Beine ausüben und die Venen stützen, wodurch die Durchblutung des Herzens gefördert wird. Krampfadern werden häufig mit vererbten Faktoren in Verbindung gebracht. Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass der Lebensstil der Auslöser ist. Die Epigenetik, die Auswirkung des Lebensstils auf die Zellfunktion, wurde bereits diskutiert. Es gibt viele Möglichkeiten, vererbte Krampfadern zu behandeln. Es ist beispielsweise bekannt, dass Übergewicht den Zustand verschlimmert. Das Problem wird auch durch Verstopfung und übermäßiges Gewicht in den Unterschenkeln verschärft. Wenn sich eine Person mit Krampfadern für Sport entscheidet, und das ist auf jeden Fall zu empfehlen, werden Übungen mit geringer Belastung wie Fahrradfahren oder Schwimmen empfohlen. Das Venensystem pumpt Blut zum Herzen, während der Wadenmuskel als zweites Herz fungiert. Die Wadenmuskeln werden durch das Auf- und Abbewegen der Zehen stimuliert. Dadurch kann das Blut durch die Venen zurück zum Herzen gepumpt werden. Die Rückprallbewegung hat, obwohl sie an den Füßen ausgeführt wird, eine dämpfende und stärkende Wirkung auf das Venensystem. Es ist wichtig, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, um das Blut dünnflüssig zu halten. Es ist wichtig, die Zellen richtig zu ernähren, damit sie heilen und sich regenerieren können. Die orale Einnahme von Cayenne-Pfeffer ist vorteilhaft, da er das Blut verdünnt, die Kapillaren öffnet und die Arterien- und Venenwände stärkt. Es wird empfohlen, dass eine Person damit beginnt, zu jeder Mahlzeit dreimal täglich einen Viertel Teelöffel Cayenne-Pfeffer in eine kleine Menge Wasser zu geben. Diese Menge kann auf einen halben Teelöffel dreimal täglich erhöht werden. Es gibt einfache Möglichkeiten, mit Krampfadern umzugehen. Geschwollene Beine sind unangenehm. Sie können aus verschiedenen Gründen auftreten, Zansbee durch Flüssigkeitsansammlungen oder eine schlechte Durchblutung. Kräuter und natürliche Heilmittel gelten als wirksam bei der Behandlung dieser Erkrankung. Rosskastanien-Extrakt gilt als eines der besten natürlichen Heilmittel. Dieses Kraut wurde traditionell zur Reduzierung von Schwellungen und zur Verbesserung der Durchblutung der Beine verwendet. Es wird angenommen, dass das Kraut den Flüssigkeitsaustritt reduziert und die Wände der Venen stärkt, wodurch es zur Linderung der Symptome im Zusammenhang mit geschwollenen Beinen beiträgt. Es wird angenommen, dass eine regelmäßige Anwendung zu einer spürbaren Verbesserung führt, insbesondere in Kombination mit anderen gesunden Lebensgewohnheiten. Gotu-Cola ist ein weiteres nützliches Kraut, das seit Jahrhunderten in der ayurvedischen Medizin verwendet wird, da es die Durchblutung verbessert und die Venengesundheit unterstützt. Gotu-Cola soll Schwellungen reduzieren, indem es die Integrität der Blutgefäße verbessert und Flüssigkeitsansammlungen verhindert. Es wird angenommen, dass das Trinken von Gotu-Cola oder die Einnahme des Nahrungsergänzungsmittels dazu beitragen kann, Beinschwellungen zu reduzieren. Das Löwenzahnkraut ist auch als starkes Diuretikum bekannt. Es hilft dem Körper, überschüssige Flüssigkeit zu beseitigen, indem es die Nierenfunktion verbessert und die Harnproduktion erhöht. Löwenzahn soll helfen, die Flüssigkeitsretention zu reduzieren, die zu Schwellungen der Beine führen kann. Es wird empfohlen, täglich Löwenzahn zu trinken, um Schwellungen in den Beinen zu reduzieren. Die entzündungshemmenden Eigenschaften und die Vorteile von Ingwer für den Kreislauf sind allgemein bekannt. Ingwer-Tee und frischer Ingwer können zu Mahlzeiten hinzugefügt werden, was Schwellungen durch die Reduzierung von Entzündungen verringern kann. Nun liegt der Fokus auf Kartoffeln. Sie werden als Wundermittel gegen geschwollene Beine und Gewebeentzündungen beschrieben. Die bescheidene Kartoffel hat sich als sehr wirksam bei der Reduzierung von Gewebeentzündungen erwiesen. Dies kann bei Schwellungen wie einem infizierten Finger oder Knöchel hilfreich sein. Es kann die Frage aufkommen, ob Ingwer oder Kartoffeln besser sind. Es wird empfohlen, nach einigen Minuten von einem zum anderen zu wechseln. Man geht davon aus, dass der Körper einem signalisiert, was besser ist. Dies liegt daran, dass nicht immer klar ist, ob eine Entzündung in den Gelenken oder im Gewebe vorliegt. Reiben Sie eine Kartoffel. Eine kleine Kartoffel reicht normalerweise aus. Zu viel kann eine Sauerei verursachen. Manche Leute haben gescherzt, dass es keine gute Idee ist, Kartoffelsaft auslaufen zu lassen. Besonders nachts in Gesundheitszentren. Es kann die Bettwäsche verfärben. Anwendungen am Tag können durchgeführt werden, wenn sie richtig eingewickelt werden. Die Kartoffelpackung kann veranschaulicht werden, um die geeignete Größe für die Behandlung eines verletzten Knöchels oder Knies zu zeigen. Kartoffeln sind aufgrund ihrer alkalisierenden Eigenschaften nützlich. Entzündetes Gewebe ist normalerweise sehr säurehaltig. Kartoffeln enthalten Kalium und Phosphor, die von der Haut aufgenommen werden. Die Kartoffelpackung ist Gegenstand einer Geschichte. Eine Freundin wurde von einer Frau und ihrem siebenjährigen Sohn besucht, die von einer Dame begleitet wurden. Der Finger des Jungen hatte sich fast verdoppelt. Auf Nachfrage hatte der Arzt eine Zellulitis diagnostiziert. Zellulitis kann als Entzündung von Zellen definiert werden. Im anschließenden Gespräch erklärte die Mutter, dass ihrem Sohn eine zweite Antibiotika-Behandlung sowie Schmerzmittel und Schlafmittel verschrieben worden waren. Die Mutter wurde gefragt, ob es Fortschritte in Bezug auf den Finger gegeben habe. Dies führte zu weiteren detektivischen Nachforschungen. Eine Blase war aufgeplatzt, als das Kind im Dreck spielte. Dadurch gelangte Schmutz in seinen Blutkreislauf, was zu einer Infektion führte. Weiße Blutkörperchen reagierten auf die Schwellung und verursachten eine Entzündung. Als mögliche Behandlung wurde eine Hydrotherapie vorgeschlagen. Es wurden zwei Becher Wasser vorbereitet, einer mit heißem und der andere mit kaltem Wasser. Anschließend wurden Eiswürfel in beide gegeben. Die Hydrotherapie-Behandlung sollte dokumentiert werden. Die Methode bestand darin, drei Minuten lang in heißem Wasser und anschließend 30 Sekunden lang in kaltem Wasser zu baden. Die Erklärung dafür war, dass Wärme anfangs stimuliert, eine längere Einwirkung jedoch zu Ermüdung führen kann. Der Finger wurde drei Minuten lang in ein heißes Bad gelegt und dann in eiskaltes Wasser getaucht. Nach der Wärmeeinwirkung wurde kaltes Wasser verwendet, um den Bereich zu revitalisieren. Der Vorgang wird mit Vorsicht wiederholt, um eine Überanstrengung zu vermeiden. Die Durchblutung ist für die Heilung unerlässlich. Geschwollene Beine können sowohl mit Kartoffelpackungen als auch mit Hydrotherapie behandelt werden. Kartoffeln sind für ihre entzündungshemmenden Eigenschaften bekannt, die Schwellungen reduzieren können. Diese Methode wird zur Behandlung geschwollener Knöchel eingesetzt. Eine kleine geriebene Kartoffel wird direkt auf die betroffene Stelle gelegt. Sie kann mit Plastik oder einem Tuch abgedeckt werden, um sie an Ort und Stelle zu halten. Es wird angenommen, dass die alkalisierende Wirkung von Kartoffeln den Säuregehalt in entzündetem Gewebe neutralisiert, während Kalium und Phosphor die Heilung fördern. Bei der Hydrotherapie wird zwischen heißem und kaltem Wasser gewechselt, um die Durchblutung anzuregen. Es wird empfohlen, dass Patienten mit geschwollenen Beinen drei Minuten lang in heißem Wasser baden, dann zu kaltem Wasser wechseln und dort 30 Sekunden lang bleiben. Dieser Vorgang sollte noch dreimal wiederholt werden. Heißes Wasser regt die Durchblutung an, während kaltes Wasser die Blutgefäße verengt. Dadurch werden Schwellungen und Schmerzen reduziert.